Nein, 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 ich bring dich um. Aber wie willst du vorwissen, wer gemeint ist? Nein. Na doch, perfekt wäre die dafür. Nein. Die Ruhe. Nein. Es wird immer jemand reden. Nein, dann würde ich lieber weiterhin, lieber alleine reden. Definitiv. Nein. Wir haben zwei Lämmer. Hä? Was ist die, was du jetzt gerade willst? Aber nein. Beischhaftskinder. Köschi. Beine Schafe. Ah, schön. Woodward und die Dinger. Okay, davon haben wir noch ein bisschen was. Da war ich in Schwerwelt, aber ich weiß nicht, was ich für ein B. So, dann nehmen wir mal diesen Table und dann braucht man, glaube ich, wo baue ich denn jetzt meinen Mythcraft-Raum hin, erst mal? Geht dann an der Etage runter. Ich mache mir hier direkt einen neuen Raum. Soll ich dir helfen? Ja, kannst du machen. So, maximale Breite von drei darf der nur haben, weil sonst kommst du nämlich in den nächsten Raum wieder rein, in den Forest-Tree-Raum. Jetzt habe ich übrigens schon Dinge und... Ach, wir haben ja Kakteen inzwischen, ne? Ja, Teilstück, die wissen aber, glaube ich, dass das noch was ist, ne? Ja, nee, dann können wir aber einen davon nachher abzweigen, wenn wir dann mal irgendwann eine Biene haben, die im Desert, ach, ja, nee, hier im Sumpfgebiet rein kann, weil diese Bienen sind ganz praktisch. So, du baust mal weiter, ich baue mir ein bisschen was auf. Was ist denn das für mir aus? So, wie hieß das jetzt alles nochmal? Ich muss das echt mal eben... Wie heißt Fehler auf Englisch? Fehler. Was? So. Wie ist das denn? Ja, aber das ist nicht das, was ich suche. Na gut, dann werde ich mal ein paar Sachen zeigen, und zwar kann man hier nämlich unter anderem Sachen ausschalten. Wir gehen jetzt hin, wir schalten erstmal Vanilla-Items aus. Aus. Mit rechter Maustaste übrigens. Dann, ne, aber ich glaube, Vanilla darf ich nicht ausschalten. Mit linker Maustaste wieder an. Red Power, Railcraft aus. Ähm, was ist das denn hier? Ach, das ist die Erweiterung mit den MFFS Force Energy Crystals und so. Okay, IC-Kraft aus, Forestry aus und Build-Kraft aus. Das heißt, uns bleiben gerade mal die MFFS, theoretisch die Soundcraft-Items. Ne, irgendwie nicht. Okay, ähm, aber hier sind die MFFS, äh, Soundcraft-Items. Wieso sage ich das eigentlich immer falsch? Das sind die kompletten Golems, die man später machen kann, wenn man sie erforscht hat. Das sind die ganzen Saumic-Sachen, die man sich bauen kann. Übrigens, das finde ich gut, die sind drin. So, ähm, jetzt gibt es natürlich diesen Writing-Dest. War da irgendwas mit Writing? Ach, der Writing-Dest war das Teil. Ich brauche einen Tintensack und eine Feder. Haben wir schon Tintensäcke? Ich suche welche. Äh, ja, glaube ich schon. Weil dann kann ich nicht mit MFFCraft sogar weitermachen. Das wäre natürlich genial. Bestimmt oben. Nein. Hm. Hast du den Invertrag da oder was? Ja. Ah, perfekt. So. Ähm, ich sollte mir vielleicht angewöhnen, meinen Invertrag zur Schnellschlage zu machen. So, und das Problem ist aber, wir haben keine Feder mehr. Ich habe nämlich alle Federn verballert. Ich höre welche. Mach das mal. So. Zombie. Ach nee, die gibt es ja nicht mal bei Zombies. Du hast gewinnt, ich bin mal bei Zombies. Ach so, wir sind schon ewig nicht mehr. Schon ewig, ewig nicht mehr. Ja, ich bin auch an der Beta ein bisschen gewöhnt. Die Beta. Ja. Wie lange ist das denn her? Ja, lang. So, dann werden wir mal weiter hier nach unseren Soundcraft-Items suchen. Weil es gibt nämlich, sonst muss ich gleich mal die Wiki aufmachen von Soundcraft, was vielleicht ganz sinnvoll wäre in der Hinsicht. Ähm, Koshi, du wolltest eine Kommentarfrage beantworten. Ja, das wollte ich auch machen. Während du die Federn suchst, könnte ich das ja mal angehen. So. Ah, bei wen, wo wollen wir denn hingehen? Welche Folge denn? Wir haben jetzt sieben Folgen, sind aktuell online. Die letzte. Mal bei Folge bei sieben. Mal bei sieben ist aber nur ein Kommi. Ja, aber das ist eine Frage, ich habe schon gesehen. So, ich muss erstmal gucken, ob ich das ganze Ding hier gestoppt kriege. So. Äh, die Frage war von DeadcraftLP. Keir-Schirm-Aufnahmeprogramm habe ich 12 FPS im Spiel mit Shader 76 FPS. Wie kann ich das ändern? Naja, die erste Möglichkeit ist, den Shader auszumachen. Die zweite Möglichkeit ist, du nimmst ein anderes Aufnahmeprogramm als Fraps. Ganz einfach. Weil Fraps nun mal die FPS sehr, sehr doll runterballert. So. Und dazu muss ich auch noch was sagen. Der Shader-Mod, so eine Aave-Shader-Mod oder wie er heißt. Der frisst wirklich einen Computer auf. Also der braucht wirklich viel Leistung. Genau. Der Vorteil ist natürlich, die Aufnahmen werden kleiner. Erstens braucht man dann eine Grafikkarte, aber auch die beste wird da so kleinert. Dann machen wir zwischendurch mal. Währenddessen werde ich hier mal eben weitersuchen, weil ich habe schon die nächste Frage offen stehen. Aber wir wollen hier ja auch noch weiterkommen. Und ihr wollt ja nicht immer nur diese stehende Bild sehen. Diddle diddle, diddle diddle. Es gibt eine Kaktus-Paste. Ähm. Künchen, Glas und Sand fahren für die kleine süße Turtel. Ähm. Könnte man machen, ne? Wieso Glas? Weil die gleiche Glasdecke zaubert. Ja, die braucht doch nur Glas und keinen Sand. Den Sand wird es dem Saucer wegzumachen. Okay. Scropped Scripting Tools. So, da ist es nämlich. Ich brauche eine Feder, ein Ice Deck. Das war nämlich das Scripting Tool. Ah, warum nennen die sowas so komisch? Ich gehe jetzt langsam über die Wiki halt, wenn sich jemand wundert, weil es ist ein bisschen einfacher. So, da haben wir es. Das Scripting Tool. Das Scripting Tool benötigt eine Glasflasche, eine Feder und eine Tintensack. So, ich dachte, du wolltest mir Federn besorgen. Ja, ich suche hier auch. Ich bin beinahe an den Schluchten angeklatscht. Haben wir echt die Mumu mehr Federn? Habe ich so viele Federn jetzt verballert? Ich glaube, ja. Kann doch nicht sein. Ich habe keinen Waypoint an der Haushilfe gemacht. Ja, gut, ich kann nicht an der Porten, das ist ja nicht das Problem. Das! Oh! Ich habe eine Spinne hinter mir. Dummes Kackvieh. So, ähm... Mö, mö. Äh, Schaf? Wollt grad sagen, backst du dich grad da raus, oder was? Diese sind ja keine Hühnchen. Vielleicht, weil ich sie alle schon getötet habe. Eine Möglichkeit wäre, wir gehen mal in eine andere Welt. Da habe ich nämlich welche gesehen. Das Problem ist, sie sind alle verseucht. Das heißt, wenn wir da reingehen, sollten wir mindestens zu zweit oder zu dritt da reingehen. Könnte ich vorschlagen. Wieso sind das... Oh, strahlte Hühnchen. Nein, das ist nicht das Problem. Das Problem ist einfach nur, dass die erstens alle irgendwie mit einem Debuff ausgestattet sind. Jede Welt. Äh, was ich gar nicht mehr verstehen kann, warum das inzwischen so ist. Und, ähm, dass die Welten halt, ähm, voll sind mit Monstern, ne? Nehmen wir das hier mal, weil da waren wir ja vorhin. Die habe ich euch ja noch nicht gezeigt, Leute. So. Wir brauchen aber dann vorsichtshalber ein Linking Book. Grundsätzlich, wenn ich in eine andere Welt gehe, auch wenn ich dort eins liegen gelassen habe, nehme ich mir noch mal eins raus. Okay. Schafe. Wieso kriege ich Schaden? Ich habe doch nur Verlangsamung. Wieso kriege ich Schaden? Alter, ich kriege die ganze Zeit in der Welt Schaden. So wie alles hier irgendwie. Oh Mann. Also, das ist Welt 7 momentan. Ähm, wie habe ich gesagt, aus einem anderen Ordner gezogen. Das kann man hier. Kann das sein, dass gerade der Server ein bisschen hängt? Nein, einfach mir nicht. Ich versuche gerade ein Skelett zu töten. Ja, der hängt. Ja, ähm, da haben wir wohl wieder mal ein Server closed. Ja, wahrscheinlich war das gerade ein Neustart des Servers. Wenn er wieder da ist, werden wir dann gleich wiederkommen. Tschüss. Und da sind wir wieder. Wir hatten mal wieder ein Problem mit dem Crash vom Server. Erneut. Da werde ich mich nachher mal drum bemühen, da mal nachzuschauen, was das genau ist. Wir gehen jetzt in eine andere Welt. Dafür brauche ich aber ein neues Linking Book. Und ich habe einen Knochen. Was hast du einen Knochen? Ich habe Knochen. Ich habe voll Knochen. Und ich sehe Hunde. So, hoffen wir mal, dass diese Welt das diesmal packt. Ich brauche eine, zwei Federn eigentlich nur. Oh, da ist das Override Book. Das ist gut. Was ist das? Ach, du musst vier. Ne, violette Blumen. Violetter Farbstoff kriegt man direkt daraus. Ja, wie geil. So. Ähm, wir rennen jetzt hier ein bisschen. Wir hoffen, da ist unser Magni wieder. Wir sind schon mitten in der Aufnahme. Ne? Äh. 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 Ja, es scheint wieder zu funktionieren. Ich renne jetzt gerade in einer ganz anderen Welt rum. Dich. Boah. Dummer Sensen, Mann. Bis dich. Äh. Und ich hoffe gerade, dass ich mal ein paar Viecher finde. Ein Huhn. Da sind Hühner. Da sind Hühner. Auch wenn ich die ganze Zeit gejagt werde von irgendwelchen Viehnern. Ich will die Hühner. Komm, meine Hühner. Ich nehme euch mit. Es ging jetzt irgendwie, naja. Ein klein wenig falsch. Klar, meine Hühner. Ein kleines bisschen, oder? Meine Hühner. Das sind wir wieder beim Thema. Erst die Felder, dann die Schafe. Tschüss. So. Ich habe alles, was wir brauchen. Gut, damit können wir auch mit Mythcraft jetzt... Oh, man sollte vielleicht zwischendurch mal was essen. So. Und dann können wir das noch essen. Weißt du, einer? Die Koordinaten vom Haus? Ja. Minus 273 plus 242. Oh. So, damit haben wir einen... Ich bin bestimmt irgendwo ganz weit weg, oder? Wir haben übrigens ein Writing Deck, äh, Test. Jetzt müssen wir uns ein Notebook bauen. So. Oh, dafür brauche ich viel Papier. Sehr viel Papier. Ist es Nacht, oder ist es Tag? Nacht, Nacht. Dann sollten wir uns vielleicht, äh, schlafen legen. Ähm, dann werden wir uns nochmal angucken, was wir da für das Scripting Tool brauchen. Dann brauchen wir einmal Glas. Haben wir noch Glas? Also, ich sehe hier gerade übelst epische Sandwerke. Das heißt, du hast eine Wüste gefunden? Ja, genau, ja, ist halt, wäre jetzt weg. Wer hat denn da angefangen, eigentlich im Meserator Sand zu machen? Ich. Gut, ich werde das nämlich jetzt einschmerzen, weil ich brauche drei davon. Äh, ja, ohne... Kannst du dich mal ausloggen? Schwafel. So. So, dann ist nämlich wieder Tag, dann kannst du dich wieder eindoggen. Töp, töp. Irgendwie hat sich gerade der Server ein bisschen aufgehangen. Ja, irgendwas stimmt da nicht. Ich glaube, der Server ist immer noch zu schwach, aber braucht. Äh, da sollten wir vielleicht mal gucken, Punio, ob man da nochmal was verbessern kann, oder? Mhm. Dann müssen wir mal zusammen über den Server gucken. Der Punio ist, wie gesagt, eigentlich so ein... Naja, ich würde ja sagen, ich bin ein Nerd, aber der ist der Ober-Nerd irgendwie. Ich habe Kaktus, aber die haben wir ja schon. Naja, umso mehr Kaktus, umso besser, ne? So. Töp, 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 töp. Blaze Powder. Oh, ein Königreich für einen, äh, ein Furnish. Ähm, Hacktik, die gewinnt nicht mehr. Ja, leider. Das Einzige, was ich dir anbieten könnte, wäre, wir machen jetzt langsam einen auf Blue Electricity. Dann könntest du noch Blue Electricity fahren, also ich brauche drei davon. Rest gebe ich dir sofort. So. Okay, komm her. Das ist sehr groß. often... ...